Herzlich willkommen zu unserem Beitrag Leadership Coaching Challenge. Am Anfang steht die Selbstbewusstheit. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses wunderbare Buch von Rini van Solingen. Rini van Solingen verwendet dort, um eine Führungssituation zu beschreiben, das Bild eines Bienenhirten. Also ein Hirte, ein Schafhirte, der mit seinen Schäfererfahrungen versucht, ein selbstorganisiertes Volk, ein Bienenvolk zu führen. Und er stellt dabei fest, dass Bienen ganz anders reagieren als Schafe und dass es auf wenig Sinn macht, seinen Hund einzusetzen und die Bienen anzubellen und, und, und. Und diese Metapher beschreibt sehr schön die Hilflosigkeit manch einer Führungskraft im Zuge von mehr Selbstorganisationen, mehr selbstorganisierten Teams beispielsweise. Und nicht nur das, selbstorganisierte Teams, auch die gesamte Organisationsentwicklung ist im Falle der, ja sagen wir mal, mehr komplexen Wechselwirkungen mit der Umwelt immer wieder neu gefordert. Und in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel das Bild dieser komplexen DNA eine sehr gute Beschreibung, was passiert. Und zwar, wenn wir uns mal das angucken, eine DNA hat ja zwei Stränge und der eine Strang ist beispielsweise hier die Organisation und der andere Strang beschreibt sozusagen das Verhalten der einzelnen Individuen, also die Persönlichkeit. Und wenn wir jetzt hingehen und beispielsweise, ja, mit cross-funktionalen Teams arbeiten, also Teams einführen, die letztlich, sagen wir mal, auch in den Prozessen sehr viel agiler arbeiten, mit einem agilen Handlungsrahmen, beispielsweise Scrum oder ich habe hier mal Agilin aufgeführt, dann entstehen eben nicht nur im Bereich der Prozesse auf einmal Wechselwirkungen, sondern diese Wechselwirkung hier im Bereich Prozesse wirkt sich letztlich auf die Organisationsstruktur, wir sehen das hier schon, das ist mehr Zellen organisiert, auf die Strategie, auf die Führung, auf die Teams und weitere Dinge innerhalb dieser komplexen DNA aus. Und einer der zentralen Punkte, auf dem wir jetzt zu sprechen kommen wollen, ist ja unser Bienenhirte. Also spricht das Thema Führung. Und da haben wir vor kurzem wieder eine sehr schöne Studie gefunden, die Fraunhofer-Studie, die hier in Spiegel Online veröffentlicht wurde. Und da hieß es, Führungskräfte zweifeln an der Anpassungsfähigkeit ihrer Unternehmen. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn denn die Führungskräfte an der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen zweifeln, dann haben wir ja diesen typischen Effekt, Führungskräfte zeigen auf was auch immer. Und ja, in diesem Zusammenhang stellen wir dann oft die Frage, wie ist es denn mit dir? Mit dir selbst, auf dich selbst zeigen gerade auch drei Finger. Was kannst du denn tun? Und da kommt eben dieser Führungsgrundsatz, you go first, zum Tragen. Das heißt also, das Verhalten von Menschen besteht immer aus einer komplexen Wechselwirkung. Also wir haben auf der einen Seite die Persönlichkeit, auf der anderen Seite den Kontext und der bestimmt letztlich das Verhalten. Und ganz so einfach, wie es in diesem Bild ist, ist es natürlich nicht. Das ist ja auch nur ein einfaches magisches Dreieck. Und wenn wir das ein bisschen weiter ausdehnen, dieses magische Dreieck, in einem Unternehmen gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die den Kontext gestalten. Und häufig wird über den Inhalt gesprochen und wir nutzen mal dafür das Eisbergmodell der Kommunikation. Das heißt also, oberhalb der Wasseroberfläche wird über Inhalte diskutiert und unterhalb der Wasseroberfläche, da spielen sich die eigentlichen Bedürfnisse, die Glaubenssätze und andere Dinge ab, die dazu führen, dass das Verhalten, ja sagen wir mal, nicht immer auf eine optimale Zusammenarbeit einzahlt. Und da haben wir uns gefragt, wie kann man dort vorgehen, um also dieses Verhalten gemeinsam innerhalb des Kontextes mit Kontextveränderung auch zu begleiten. Und wir haben da zurückgegriffen auf ein Fügungsmodell in Anlehnung an Claire Graves, Ken Wilber und Jane Löwinger. Und es gibt seit diesem Jahr ein wunderschönes neues Buch von Martin Permanthier, das heißt Haltung entscheidet. Und Martin Permanthier geht nämlich genau auf diese Modelle zurück und führt die zusammen. Und wir sehen das hier, also wir haben eben sozusagen einfach von den Patriarchen Command und Control in den meisten Unternehmen inzwischen die KPI beigesteuert sind. Also die Zahlen sind das Ziel. Und es gibt natürlich auch weitere Fügungsmodelle, wo es darum geht, einzelne Personen zu empowern, wo es darum geht, und das ist ja ein Thema hier auf der Konferenz, agiler zu werden. Also letztlich auch für jeden das Förderliche, das jeweils Förderliche, den jeweils förderlichen Kontext dort herzustellen, bis hin letztlich zur Sinnerfüllung auch bei der Zusammenarbeit in Unternehmen, also der Ko-Kreation. Nun vielleicht kennt der eine oder andere Working Out Loud oder LernOS, also ein Framework, was Menschen befähigt, sich untereinander zu unterstützen, jeweils zum Beispiel diese unterschiedlichen Haltungen hier einzunehmen. Und wir haben in diesem Zusammenhang ein Modell in Anlehnung an Working Out Loud und LernOS entwickelt und wir nennen es die Leadership Coaching Challenge. Im Gegensatz zu Working Out Loud, was ja mehr eine Graswurzelbewegung ist, schlagen wir vor, dass es hier bei der Leadership Coaching Challenge einen Sponsor gibt. Und dieser Sponsor autorisiert und lädt eben zu einer solchen Leadership Coaching Challenge ein. Dieser Ansatz ist ein Peer Coaching Ansatz, also letztlich auch so etwas wie kollegiale Beratung in einem Zirkel von drei bis fünf Personen. Dieser Zirkel wird anfangs sicher von einem Coach begleitet. Der Zirkel selber wählt innerhalb dieses Zirkels einen Moderator. Und gemeinsam versuchen sie also einen gewissen Rahmen zu gestalten, den wir über bestimmte Guides begleiten. Also der Rahmen, zwölfwöchiges Meetup mit maximal 90 Minuten. Und es gibt für ganz unterschiedliche Führungsthemen gibt es unterschiedliche spezifische Circle Guides. Und wir haben da inzwischen aufgrund verschiedener Befragungen in Unternehmen einen gewissen Themenpool erstellt. Und diesen Themenpool kann man also hier mal auszugsweise sehen. Das geht also tatsächlich auch los bei dem Thema Haltung entscheidet, Achtsamkeit schärfen, Führung selbst organisierter Teams, Zeltstrukturdesign, also Anpassung der Organisationsstruktur an Komplexität, Konflikte in Teams, Remote Leadership, Multiprojektmanagement und so weiter. Das sind übrigens alles Themen, die, sagen wir mal, hier aus einer Initialveranstaltung, die typischerweise als Open Space gemacht wird, entstehen. Wo es also darum geht, dass Führungskräfte selber ihre Themen einbringen und sagen, welches Thema habe ich im Berufsalltag, jetzt im Führungsalltag besonders vor der Brust und was muss ich jetzt nächstes angehen. Und dann kann man also gemeinsam bestimmte Themen finden, die man eben gemeinsam löst. Und dafür ist eben dieses Framework in Form von diesen Circle Guides vorgegeben, wo wir bestimmte Prinzipien noch mit verbinden. Also eben, dass es um einen selbstorganisierten Zirkel geht, mit drei bis fünf Personen, die reflektierend und intrinsisch motiviert, zwölf Wochen, das ist die herausforderungssicher, mit dem Commitment eben sich mit diesem Thema, mit ihren individuellen Themen, die sie sowieso lösen müssen, beschäftigen. Das Ganze ist eine zeitlich begrenzte und iterative Session. Und dafür sorgt eben auch die Circle Guides. Die sind so aufgebaut, dass man eben jeweils in 90 Minuten bestimmte Impulse nimmt, bestimmte Übungen dort macht, bestimmte Selbstreflexionen. Und man ist eben letztlich ganz fokussiert in der Zusammenarbeit, um sein individuelles Thema, was in den ersten zwei Wochen sozusagen festgelegt wird, dann weiter voranzubringen. Ja, offen für Unbestimmtheit und unerwartete Erfahrungen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um letztlich bereit für Veränderungen zu sein. Für Veränderungen, die man letztlich selbst an sich vornimmt. Und wir verwenden hier einen Meta-Rahmen, nämlich den Meta-Rahmen des Selbstentwicklers nach dem Ansatz von Jens Korsen. Und den haben wir also jetzt auf diese zwölf Wochen mit abgebildet. Wir fangen an, wir haben das in sechs Sprints organisiert. Wir fangen an eben mit der Selbstorganisation, mit dem Kennenlernen, dem Vereinbaren der Termine und auf welchen Kanälen oder wie man sich treffen möchte. Und es geht gleich von Anfang an in den ersten zwei Wochen um das individuelle Ziel. Das heißt also, im Gegensatz zu anderen Leadership-Programmen geht es hier nicht darum, etwas zusätzlich zu machen, sondern es geht darum, innerhalb dieser ersten zwei Wochen ein Ziel für sich festzulegen, welches eine Führungsaufgabe ist, die aktuell ansteht. So, und dann geht es darum, und da werden wir heute dann auch eine interaktive Übung zu machen, zu diesem Thema, zu diesem selbstgewählten Thema, erst mal die Bewusstheit aufzubauen. Also was steckt eigentlich alles drin in diesem Thema? Wie ist gerade mein Verhalten? Wie kann ich jetzt bestimmtes Verhalten im Team beobachten, in der Organisation? Wo kann ich an Organisationsgrenzen stoßen? Wie kann ich mich selbst mit einbringen, ist dann also im dritten Sprint die Frage. Wie kann ich selbst Verantwortung übernehmen, um bestimmte Veränderungen auch in der Organisation, in den Teams mit anzustoßen? Wie kann ich durch kleine Experimente Selbstvertrauen gewinnen? Das ist also dann die Herausforderung im vierten Sprint. Und letztlich geht es darum, auch für die Selbstüberwindung, das heißt für die weitere organisationale und persönliche Entwicklung dran zu bleiben, eine Strategie zu entwickeln. Und das ist dann Gegenstand des fünften Sprints. Im sechsten Sprint geht es darum, natürlich diese kleinen Erfolge, die man während dieser zwölf Wochen gemeinsam erzielt, zu feiern und sich zu überlegen, wie kann ich weiter dranbleiben? Was könnten die nächsten Themen sein? Und letztlich geht es darum, vom Ich über das Wir zum Alle zu kommen. Das heißt also, wenn wir hingehen und einzelne Führungskräfte dort sich gegenseitig empowern, dann bilden die schon ein Team. Und das zahlt letztlich auch auf die Teamentwicklung in den Unternehmen ein. Und es geht darum, dass das Ganze eine evolutionäre Organisationsentwicklung mit unterstützt. Ja, soviel zu dem kurzen Impuls, den wir jetzt mitgebracht haben. Und mehr Informationen gibt es hier unter anderem auf der Webseite Leadership Coaching Challenge. Dort ist unter anderem auch das Orientierungsguide, was also diese Challenge und die Rahmenbedingungen dafür, für die Einführung im Unternehmen genau beschreibt, auch herunterzuladen.